So Leute, jetzt ist 10 Uhr auf die Nacht, mein Tag ist vorbei, heute haben wir Luxus pur, Kampanil, aber jeder Single Room. Schauen wir da mal rein, das schaut ja nicht so schlecht aus, die Koffer stehen natürlich wie jeden Tag bereit und in meinem großen Koffer haben wir natürlich alles für täglichen Bedarf, angefangen von meinen neu receivten Meisterklamotten, ein Massagestick, ja da noch ein altes Gewand, weil man ja ausgerüstet sein muss. Ein bisschen eine Omnibiotik, fürs Mager auf, als es spinnt, ein Proteinscheck, Sonnencreme darf man natürlich nicht fehlen, ganz wichtig für mich, Babybruder, das ist der Geheimkipp, für die Teampräsentation, ach war, gell, ja, eine Besonderheit vielleicht, ist mein Flachmann, der jederzeit dabei ist, weiter noch, natürlich, Ah, mir gewandt, falls kalt wird, ein Winterjacke, Unterhosen, Trikots, ein Zeitvoranzug und da noch ein Kapper von Peter, basically, mein Koffer. Das ist ein riesen Teich und das ist natürlich gerade Bauernszeit bei den Fröschen, also wenn wir heute in der Nacht eine gute Geräuschkulisse haben.